Wir möchten die Parabel y gleich, Klammer auf, x plus 1, Klammer zu dem Quadrat, minus 4, von dieser Form, also der Scheitelpunktform, in die normalen Form bringen. Das heißt also von dieser Form in eine Form wie diese ax² plus bx plus c. Wie machen wir das? Indem wir dies einfach ausmultiplizieren und zusammenrechnen. Das heißt, wir haben hier die erste binomische Formel, die ja sagt, also a plus b im Quadrat ist das gleiche wie a² plus 2ab plus b². a ist unser x, das heißt, wir erhalten auf jeden Fall x². Dann erhalten wir 2 mal a mal b, also 2 mal x mal 1. x mal 1 ergibt x, also schreiben wir es mal so hin, 2 mal, das ist unser a, mal b plus b im Quadrat, das ist die 1 im Quadrat, minus die 4. Hier kommt noch ein Plus dazwischen. Wenn wir das zusammenrechnen, erhalten wir x², 2 mal x ergibt 2x und das mal 1 bleibt immer noch 2x, plus 2x. 1 im Quadrat ergibt 1, das ist minus 4. Und somit erhalten wir x² plus 2x minus 3. Und das wäre unsere normalen Form. Und schon wären wir fertig. 1. 1. Vielen Dank.